Nach einer längeren Pause sind wir zurück mit den Skill-Breaking-News. Die moderne XM8 ist seit dem 21.05. im SP-Shop erhältlich. Diese Waffe ist gut, um den Gegner mit Einzerschüssen auszuschalten oder auf kurze Distanzen auf ihn einzusprayen, da sie sowohl einen hohen Schaden als auch eine sehr hohe Präzision besitzt. Trotzdem sieht man kaum Leute, die mit dieser Waffe gut spielen, da ihr Rückstoß extrem gewöhnungsbedürftig ist und sie ziemlich viel SP kostet. Sie kostet nämlich 25.000 SP. Bei Skill fallen weiter die Preise, dieses Mal bei den beiden großen VIP-Paketen. Das VIP-Paket für 90 Tage ist nun reduziert auf 249 Cash und das 360-Tage-Paket kostet nun noch 799 Cash. Eine weitere Neuerung für die VIPs ist ebenfalls fällig, denn die VIP-Punkte fallen nun nicht mehr, wenn euer VIP-Paket abgelaufen ist. Der Punktestand wird einfach eingefroren und läuft weiter, sobald ihr ein neues Paket gekauft habt. Dann stehen euch auch die VIP-Waffen wieder zur Verfügung. Insgesamt sind es ganze 10.000 Euro, die es bei der ESS-Series im Sommer 2014 zu gewinnen gilt. Wie beim Notto könnt ihr das Preisgeld aber noch erhöhen, indem ihr euch das Show-Your-Skill-T-Shirt kauft. Dadurch wird der maximale Gewinn um einen Euro erhöht. Die genaue Aufteilung unter den ersten drei Plätzen wird noch bekannt gegeben. Die allseits beliebten Kapselwaffen HK417 Jabberwock, M41 Gladius und L86A1-Dinger werden den Kapselmarkt verlassen und Platz für neue, aufregende Waffen schaffen, die es im nächsten Update zu gewinnen gilt. Bis zum Patch könnt ihr nun die Kapseln für diese Waffen 20% günstiger erwärmen. Es wird geraten, so zu schlagen. Der Gewinner unseres kleinen Giveaways über Gegenstände im Wert von 25 Euro wurde benachrichtigt und hat die Items seiner Wahl erhalten. Wie hier im Bild zu sehen, wurden an den Spieler Arkyo alle Gewinne ausgeliefert. Ja, ich bedanke mich auch bei euch für die 25 Euro. War sehr nett bei euch, von euch. Bitteschön. Ja, und hat mich gefreut, dass ich gewonnen habe. Das war's leider wieder von den Breaking News. Wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Viel Spaß auf dem Weg in den Sommer und hoffentlich sehen wir uns schon bald in einer nächsten Folge wieder. Bis bald, auf Showtime Gaming. The same sky is above us Yet I feel so I feel so I feel so I feel so Untertitelung des ZDF, 2020